hallo ihr lieben na alles gut bei euch so und zwar ich war wieder im action ein bisschen zu stöbern weil ich langeweile hatte was heißt langeweile ja ich wollte mal wieder rein und gucken ob sie was neues haben ja und dann habe ich den herbert hier entdeckt den habe ich schon direkt mitgenommen ich habe da in einem anderen video oder im post ich weiß nicht mehr genau habe ich gesehen da gab es die auch größer im action aber ich habe jetzt nur noch die kleinen gefunden ja der durfte nicht jetzt muss ich mal gucken wie teuer der war ich glaube 2 euro ich bin mir aber nicht so sicher zwerg mit herz 1 euro 64 hatte gekostet ich fand den so niedlich der durfte mit dann dann habe ich mir hier noch ein bilder mitgenommen hier mit so steine außenrum ja der hat glaube ich 1,19 gekostet ich meine 1,19 hat er gekostet ich habe dich doch gerade gehabt ja fotorahmen diamant 10 x 15 cm für 1 euro 19 zeige ich doch der durfte mit dann mache ich mir dann so 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 ich habe hier so karten rumliegen ja so weihnachtskarten und die mache ich mir dann da rein finde ich super zur dekoration ne ja dann habe ich eine weihnachtsabteilung die silveten hier gesehen die duft mit ja eigentlich rosa ist ja nicht so die farbe weihnachtlich ne aber trotzdem ja ich habe die kosten euro ich gucke da jetzt nicht nach dann habe ich diese organza section hier mitgenommen fünfmal also sind fünf stück drin ich glaube auch einen euro einen augenblick ne 69 cent 69 so dann habe ich mir noch eine lichter kette mitgeholt das sind 20 lichter bunt da kommen drei Batterien kommen da rein 99 Cent die darfst du mit da habe ich auch noch was vor mit das ist wieder zum Basteln dann habe ich hier so wie nett war die so Fleischwiese habe ich mitgenommen die kosten 44 Cent finde ich saubellig muss ich mal ganz ehrlich sagen woanders bezahlt also ich habe woanders schon bezahlt 1,99 Euro dann zwar dieses Kabel hier 1 Meter auch für iPhone iPad mini iPad pro iPod ich habe zwar letztens schon mal eins gekauft aber mein Mann brauchte jetzt noch eins dann habe ich hier diese Teelichter mitgeholt die Teelichter hier das sind hier bei der Rehn mit dabei für 9,99 Cent ja braucht man ja immer mal ja und da habe ich jetzt noch mal auf Ersatz noch mal Batterien mitgenommen ich glaube die waren auch 99 Cent Knopfzellen nee 77 Cent kosten die hier siehste da hätte ich schon fast wieder gelogen ich sage es ja ich sage es ja wo haben wir denn die Teelichter da oben 94 Cent da habe ich auch wieder gelogen siehste ich sage es ja so und zum Schluss habe ich habe ich entdeckt also habe ich noch nie gesehen aber jetzt habe ich sie gesehen und zwar so Räucherstäbchen in Duft Vanille was haben die jetzt noch gekostet ich glaube auch 44 Cent oder so was war das wie 100 Stück ne das sind ja keine 100 ach das sind die die kosten 44 Cent ja habe ich ja eben schon gesagt so wo sind dann jetzt die Räucher ach da 54 Cent ich sage es ja ich glaube ich mache die mal gerade auf interessiert mich doch immer jetzt sehen sie aus ne ah die tischen aber gut ey ja ich bin so kleiner Räucherfreak wenn ihr jetzt riechen könntet gell da wird es richtig gut also für Vanille echt top und dann auch für den Preis da gibt es auch in andere Richtungen Geruchsrichtungen also ich dachte jetzt Vanille könnte erstmal reichen ja sind 20 Stück drin da kann man ja nichts sagen ne für 54 Cent da werde ich mir demnächst mal ein paar mehr mitnehmen so das war es mit meinem Action Haul ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja gebt mir noch einen Daumen nach oben über Kommentare freue ich mich immer und über ein Abo natürlich auch bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video